Ich habe nichts gerade geröst, ich habe ihn gerade los. Ich töte den und den anderen töte ich auch. Wir sind jetzt noch allein. Nein, stimmt, wir müssen ja... So Kors ist das normal, aber im Bett muss... Oh mein Gott, du hast... Nein! Nein, ich lebe noch! Nein, ich hack nicht! Ich bin nicht Hagrid! Nein! Nacht, es ist kalt als draußen! Willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal! Mit dabei ist der Z-Type! Hallo! So, ihr seht schon dieses... Oh mein Gott, das ist doch so eine Rakete! Ja, ist es auch! Und das ist das Betzke 50k Pack! Danke übrigens an Betzke... Äh, Betzke... Betzke HD! Der hat mir das Pack geschickt... Frü... Der hat mir das Pack frühzeitig geschickt, Leute! Damit ich das für euch promoten kann, beziehungsweise für ihn, beziehungsweise euch zeigen, beziehungsweise euch neidisch machen kann! Und... Ja, Leute! Einfach bei Betzke HD die 50k vollmachen! In dem Zeitpunkt, wo ihr es hier seht, hat er eh schon... Ja, fast 50k... Äh... Safe hat er dir da schon, hat's releasen! Ich mach's alles für die Katz! Aber, Leute! Auf jeden Fall denkt daran! Bei Betzke HD vorbeischauen! Ohne mal Grüße an dich! Hallo! Ich bin Z-Type! Und... Ihr müsst ihr nicht wissen, wo die... Irgendwie das war so... Das war... Das war der unlustigste Witz! Der... Der unlustigste Gag! Alter, da klingelt die Cringe-Kasse, ich schwöre! Cringe-Kasse... Cringe-Kling-Kling! Cringe-Kling-Kling, Alter! So! Leute! Übrigens! Es gab gestern ein Achievement! Der liebe Exe95 hat mich gegrüßt im Stream! Jetzt hab ich's erreicht! Jetzt hab ich's erreicht! Jetzt hab ich's erreicht! Jo! Aber ich muss echt mal Props so an den Betzke HD geben! Der hat ja das Pack hundertprozentig selber gemacht! Hat ja auch in den Credits bei Rp24 stehen! Also bei dem Download-Link, den nur ich habe! Ähm... Und... Der lebt noch! Jo Leute! Ich find das hier ist alles sehr schön gemacht! Halt auch die Schwerter find ich sehr sehr schön! Und... Ja hier ist auch vieles Default bzw. Faithful gehalten! Jedoch Leute ist das gar nicht mal so schlimm! Weil ich find das sie trotzdem noch sehr sehr schön aus! Was mich ein bisschen irritiert hat anfangs waren... Waren diese Sandsteinblöcke weil die so ein bisschen aussahen wie Endstone! Ähm... Also bei... Weil viele Packs sowas Endstone mäßiges haben! So... Sonst ist es aber übel geil was hier da gemacht wurde mit den Blöcken! Und es gab's auch noch nicht so glaube ich mit so Ziegelsteinzeug! Und... Ich bin bei... Lila! Nein! Gut dann müssen wir ein bisschen mehr uns anstrengen oder? Klar bitte uns! Ich kann kein Deutsch! Nein! Jemand ist bei uns! Verpasst euch! Lol! Hähnchen! Mettwurst! Wuhu! Wuhu! Aber Leute! Das ist jetzt auf jeden Fall... Nein! Das ist auf jeden Fall geil! Und mir ist aufgefallen dass immer wenn ich mich verbaue... Fass... Mach ich mal so... Und so wie... Irgendwie sowas! Auf jeden Fall... Gönnt euch das Pack dann! Auf jeden Fall bei Betzke.de es wird so 50k z.k. released! Leute! Und der Betzke ist ja auch ein YouTuber! Und der ist ein bisschen famousig! Aber ich denke mir mal... Dass das ein paar mehr Downloads für den lieben Betzke gibt! Und der hat sich auch schön viel Mühe gegeben! Aber nochmal... Danke! Wer sich das überhaupt bekommen habe! Weil ich bin einer von 5 Leuten oder so... Die das gedownloadet haben! Das ist schon so ein Privileg! Da denke ich mir! Oh mein Gott! Lecker! Jo! Vorher ich dann gucke alle deine Videos mal weiter so! Danke! Danke Hassan! Hassan das ist echt nett von dir! Muss ich... Muss ich... Muss ich gestehen! So! Oh! Tim! Oh! Puh! Guck mal wie assi ich bin! Der kommt die Vergangenheit des Megas! Du hattest nochmal Art Z! Oder Art... Art Z! Art Z! Ich weiß nicht wie man ausspricht! Das ist so ein Rapper! So ein böser Rapper! Das ist so ein Rapper! Der macht diese... Das macht der! Der macht die Musik! Von dem ähm... Bestimmt vom Abuse! Na! Ich schwöre! Wenn du da einen Teller an hast... Du hast den Kopf... Schmort so richtig! Also dann wird den Händen so richtig... Und feierst du ne? Du Mast zur Hölle! Schmort kenn ich nur bei diesem... Komischen Marshmallow Schokobrot! Kennst du das? Ja! Ja und das wird auch so schwach! Bei jeder Klassenfahrt am Start! Hm... Weiß nicht wie es heißt! Stockbrot! 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 Bei euch in Bayern heißt es wahrscheinlich irgendwie... Och Katze Schworf oder so! Oder irgendwie wieder so... Komisch weil Bayern... No Hate! Aber Bayern sind bayerisch so komisch! Ich bin aber auch... Ich bin aber auch... Junge! Leute das... Leute das hier ist das Comeback! Ihr wisst Bescheid! Also Hashtag FeuerHype! Mit A-I-H! Wer es richtig schreibt kriegt einen Keks in die Kommentare! Und ich glaube... Ja okay! Ich versichere euch! Ihr kriegt alle ein Herz von mir in die Kommentare! Wenn ihr Hashtag FeuerHype schreibt! Und dann irgendeinen coolen Kommentar! Dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Herz! Und der will jetzt nicht ernsthaft teamen oder Screenshot machen oder so! Das war das Pre-Intro älter! Alte! So! Ha! Hm die sind im Spawn Trap! So! Da sind wir auf der Map! Oh die! Ah so! Ja hallo! So! Servus! Ge-ge-ge-ge-ge-gessen! Der Block-safe drin! Oh! Achso nein! Stimmt! Wir müssen ja... Oh mein Gott! Du hast Block-safe! Nein! Nein! Ich leb noch! Nein! Ich hack nicht! Ich bin nicht Hagrid! Nein! Ja okay! Sie haben mich beide gewoxt Leute! So mein... Freund! Du bist tot! Du bist tot! So! Und da gehen wir jetzt hier oben lang! Und da will ich den Bescheid! Bist du real, Bruder? Bist du real, Bruder? Ich bin Rewe! Ha! Aha! Ha! 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 Gerollt! Nein! Cool! Ah ich hab sie auch gerollt! Alles gut! Ich will nicht mehr Flaschen! Äh! Das kann ich sein! Mh! So! Amigas! Ja! Hola! Quetal! Hier haben wir Feuerstein! Wir haben ja das nochmal zu Dingses gesagt! Ähm! Puh! Enganiado! So! Aber Leute! Ihr könnt übrigens auch mal oben abstimmen! Findet ihr das geil! Findet ihr das scheiße! Und oben in der Infokarte ist auch der Kanal von Z-Type, ne? Und in der Videobeschreibung ist er auch, weil die Leute das eben like. Oh, pass auf, du kannst ihn richtig wegstampfen. Ja, wow, du rülpst, stampfst ihn weg und er stirbt nicht. Kräker. Ich nix grad geröst hat ihn. Hallo. Ich tötte den und den anderen tötte ich auch. Also jetzt noch, Alter. Alter, die sind richtig fuier in der Garno. Junge, Junge, ich hab gerade beide ausgerollt. Ausgeplayt. Ausgerollt. So like a Sushi-Roller. Ja, ja. Oh, ja. Alter, die alten sind gold. Das ist ein schönes Rottchen. Leute, da oben ist noch der letzte Gegner von grün. Können wir den mal töten? Hier, hallo. Ja, er lebt. Und da bau spand uns noch jemand. Alter, er lebt immer noch. Will ich rollen? Ich wollt gerade auch sagen, ich rolle mit dem Besten. Oder mit meinem Besten, ich weiß gar nicht, wie es denn tatsächlich heißt. Oh, keine Ahnung. Oh, ich lebe noch. Leute, ich lebe noch. Nein, ich bin tot. Ah ja, Leute, wenn ihr mehr von Z-Hype, dem Tim und mir sehen wollt, dann müsst ihr was machen. Tim sagt's ihm. Auf jeden Fall mal hier ein Like aufs Video droppen. Und? Der Tian, der würde sich auf jeden Fall mal freuen, wenn wir da ein bisschen in die Kommentare Feuerhype jetzt einmal sehen. Und was noch? Und natürlich noch ein Abo dalassen. Mh, der Feuerstein YouTube, meine Freundin. Run! Willst du mich ficken? Ist das nicht der neue Trend, dass man sagt, willst du mich ficken? Boah, Alter, Blocksafe-MLG. Meine sind da. Maschallah. Ich hab's nur immer drin. Nein, er hat mich suicided, Mann. Und jetzt werde ich ein Web-MLG machen. Ja, ich hab dir vertraut. Wir müssen, wir müssen aber echt zusammen, weil, Digga, die töten uns echt, die schlachten uns weg. Hey, gegen die verliere ich doch nicht, Junge, denkst du? Hä? Hä? Wie hast du das gemacht? Das geht nicht. F3, Bruder. Hä? Was für F3? Was ist das so Hölle? Ach, F5. Ja, F3. Da, F3, da sind die Koordinaten. Ja, ja, das seh ich ja immer. Weißt du, da wird mir das angezeigt zu rot. Achtung. Nein, ich hab ihn. Und den auch. Nein, hab ich nicht. Leute, ich lebe noch. Und ich hab das Bett nicht. Nein, da ist Eisenblöcke sind dann. Ja, ich hab Eisen, ich hab gute Peck gehabt, Bruder. Kannst du die wegschlageln, bitte? Danke. Pfff. Hä? Also, er ist tot. Gut, meine Freunde. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei nächster Part rein, das Like da. Wenn ihr mehr zum Glück mit der Live in mir sehen wollt. Zelt ein, was sagst du? Also, auf jeden Fall, Like da. Dann sind wir auf jeden Fall ganz leid. Ja, das ist, wäre schon. Ihr schafft doch, save mal ein paar Likes aufs Video, oder? Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.